Das ist die größte Schwierigkeit, der Weg von das Konkretes, die Partitur, das Verständnis dieser Partitur, wie bringt man es eigentlich zum Leben, zum Publikum weiter. Es ist interessant, man besellt die Musik, aber die Musik ist nicht unsere Musik. Die Musik ist erstmal von jemand anderem. Das muss man auch diesen Respekt gegenüber der Musik haben. Ich kann nicht vergessen, dass ich bin nur Interpretin, ich bin keine Komponistin. Musik 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 Ich habe so viele Dinge über dich gehört. Ich freue mich sehr, sehr glücklich. Ich freue mich sehr. Bei Shostakovich ist diese Hoffnungslosigkeit, die einer so ohne Wörter lässt. Ehrlichkeit, das ist die Kraft dieser Komposition. Bei Wasx ist mein größtes Glück, mit ihm arbeiten zu können. Ich will ihn auch fragen, was hat er sich hier vorgestellt? Wenn er eine Vorstellung hat, wie es eigentlich klingen sollte, das Schwierigste ist, das zu realisieren. Ja, 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 mehr Körper. Nicht so, ich, ich, ich. Okay, gut, das war's. Und irgendwie immer noch diese Pausen sind so wichtig. Wir hören die nicht. Eine Spurlinge. Das ist die Schwierigkeit eigentlich Künstler zu sein. Wir sind eigentlich Bauern am Arbeiten. Wir haben diese Rohpartitur und wir müssen das ins Leben rufen. Das, was eigentlich mein Publikum immer bewegen könnte oder bewegen sollte, es sind meine Vorstellungen und meine Emotionen. Das ist genau das. Sonst, es macht keinen Sinn für mich auf einer Bühne zu sein. Das ist die Schwierigkeit. Das ist die Schwierigkeit. Das ist die Schwierigkeit. Untertitelung des ZDF, 2020